Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGames.com auf der Playstation und 4 und ja, herzlich willkommen und zwar zum kleinen Infovideo. Zur Zeit habe ich wenig Zeit für YouTube, aber es hat sich vieles geändert. Die Videoqualität, die Bildqualität, der Sound, hoffentlich hört ihr auch alles. Ich höre ein bisschen was. Ein bisschen Hintergrundmusik, ganz leise und dezent und erstens mal möchte ich mich hier ganz herzlich bedanken, dass so viele Abonnenten teilweise auch jahrelang schon auf meinem Kanal sind und auch die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, die regelmäßig meine Real-Life-Videos schauen. Vielen Dank. Ich weiß, dass meine Real-Life-Videos nicht von der besten Bildqualität sind, das stimmt. Deshalb habe ich jetzt meinen Samsung Galaxy Neo genommen, um dort jetzt Videoaufnahmen zu machen. Wir werden viel Spaß haben, hoffentlich, aber zur Zeit habe ich wenig Zeit und muss jetzt auch das Video schon beenden, aber es wird bald wieder regelmäßig, es wird auf jeden Fall mehr von mir kommen, aber zur Zeit habe ich wenig Zeit für YouTube. Also private Sache jetzt geht keinem was an und danke an euch, das wollen wir auf jeden Fall noch loswerden und haut rein. Ihr wisst Bescheid, neue Kamera und nicht mehr hinter so einem weißen Hintergrund, sondern hier auf meiner schönen Zockercouch. Das wird geil, wir werden noch viel Spaß haben. Das will ich mal sagen, oder? Ja, doch. Ciao.